Sorge, dass die Unvernunft die Oberhand gewinnt und die Vernunft auf der Strecke bleibt. Wir verbrauchen mehr Ressourcen, als wir wirklich nötig haben. Ist die Gemeinschaft Priorität oder bin ich das? Ich nicht. Man muss die Komfortzone verlassen, damit Veränderung zur Gewohnheit wird. Man lebt für sich und mit allen anderen. Wer ist bereit, Zeit zu geben für die anderen? Jede Krise ist eine Chance. Mit einer Kerze in der Hand kann man keine Steine werfen. Ich bin ein Vorbild für das Wir. Mit dem Strom ist das sehr bequem, bequem, bequem. Wenn wir heute nichts tun, leben wir morgen wie vorgestanden. Strukturen aufbrechen, damit Neues entsteht. Sich aufmachen aus Verkrustung, sich trauen, den langen Weg, der vor einem liegt, auch zu gehen, aufzustehen und zu handeln.